Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit dem Gehirn dran. Und in der letzten Episode haben wir mit der Hauptquest weitergemacht. Frall hat uns gebeten, einige Zutaten zu suchen. Damit er eine Standarte, also die neue Standarte von Dorotha, von einem Schamanen... ...verzaubern lassen oder sowas. In der Art halt, ja. Und das haben wir... Wie ist das Screen so komisch? Direkt... ...gemacht. Ja... Äh, kurzer Schnitt. Bin ich aufgenommen, hat's alles gut. Jedenfalls, gehen wir jetzt zu Ihnen, zu der Gezeitenwutbucht. So. Die Gezeitenwutbucht. Da die kombinierten Streitkräfte der Ogre und Tauren und Tralshorde zusammenarbeiten, richtet sich die Aufmerksamkeit jetzt auf die Neuansiedlung der Menschen in der Gezeitenwutbucht. Admiral Proudmoors Streitkräfte haben sich fest verschanzt und nur ein voller Angriff kann sie vom Ufer vertreiben. Als das erste Licht auf das Lager der Orks fällt, macht sich die Horde für den Kampf bereit. Ist das so ne... ...vertragte Situation? Jagd sie raus! So, hey Trall. Da sieht nach einer... Da musst du eingreifen. Christos. Das ist perfekt, Rexha. Lasst mich jetzt meinen Zauber vollenden. So, der Segen ist vollendet. Eines noch, Rexha. Ich möchte, dass ihr die Standarte in die Schlacht tragt. Hiermit ernenne ich euch zum Helden der Horde. Es ist mir eine Ehre, Kriegshäuptling. Ich werde die Standarte voller Stolz tragen. Lokta Ogar! Eure Anstrengungen könnten sich als unser aller Rettung erweisen, Rexha. Die Ogar- und Taurensoldaten, die ihr beigebracht habt, könnten das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Proudmoores Truppen haben eine Festung nördlich von unserer Position eingerichtet. Unsere Späher melden, dass er seine gesamte Streitmacht für einen Angriff auf Durotha mobilisiert hat. Kriegshäuptling. Admiral Proudmoores Streitmacht hat ihren Vormarsch begonnen. Sie werden jeden Moment hier sein. Lasst sie kommen! Sie werden die Macht der Horde zu spüren bekommen. Rexha, ihr habt euch die Ehre verdient, das erste Blut zu vergießen. Ich halte hier die Stellung. Ihr aber sollt den Angriff auf Proudmoores Stützpunkt anführen. Mit Vergnügen. Also dann, Krieger. Die Stunde des Sieges ist da. Kommt ihr tauren! Erhebt euch, ihr Ogre! Heute seid ihr vereint mit der Horde. Lokta Ogar! Oh ja, muss ich jetzt die Armee... Okay! Proudmoores Schloss zerstören. So. Rall zurück. Gut. 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 Was liegt vor mir? Jetzt wir hier ein bisschen aus der Übung. Auf der Perle. Mit den strategischen Elementen. Aber das wird schon schief gehen. So. Ich habe Witterung aufgenommen. Ich habe Witterung aufgenommen. Es ist aber eine Heldengruppe hier. Auf der Perle. Auf. So. Entfesselt meine Kraft. Okay. Ihr seid... Control One. Oh! Merlin! Okay. Oh, das ist Stur 15. Cool. So. Ja. Ich guck noch, was ich noch alles machen kann. Ähm. Ich handle instinktiv. Ich weiß nicht, wo... Wo es schlau wäre, außen zu fallen. Das ist unsere Position. Oh, du der Orks. Eine Koffer. Eine Fregatte. Hm. Ja, mal schauen. Jagd sie raus! So. Was haben wir denn da noch? Ist da? Können wir einfach... Einfach Casern haben wir. Okay. Braucht ihr was? Dann hole ich mal meine Einheiten her. Was glatzt du so? Lass knacken! Hoffentlich wird das... Für die Stämme! ... böse Händen... Hauen aus mir. Was hab ich da noch bekommen? Oh, grämer Kampfstandarte. Oh! Die sollte ich vielleicht holen, wa? So. Wen hab ich denn da noch? Ach, ein Geistler. Ah, das ist nichts von dem meinen Troll-Fledermausreiter. Oh! Okay. Kann ich mir was bauen, oder? Nee, sieht nicht danach aus. Hm. Gute Bestie ausbilden. Neue Ausbilden. Windreiter ausbilden. Ah, ausgezeichnet zum Ausspälen. Ist ja noch praktisch. Okay. Was liegt vor mir? Ja. Da war Punkte. Da ist Zauberbuch. Hm. Ist ja noch praktisch. Serati. Ja. Auf der Pirch. Was macht die? Ich weiß, ich weiß. Oh, ist richtig cool. Aber das schafft sie doch, oder? Natürlich schaffen sie das. Aber ich muss nicht beeilen. So. Okay. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Okay, komm. Troll, troll, troll. Bei dich. Was sag ich? Der verwüßte Ölbrand. Und. Mh, lecker. Unser. Troll Berserker. Ja, ich weiß. Ich bin zur Spurensuche bereit. Okay, die Gruppe 1. Unsere Wege kreuzen sich. Ihr kommt her. Ihr seid Gruppe 3. Ihr kommt mal her. Und. Ihr seid Gruppe 2. Ich hab nicht grad viele Einheiten, wa? Egal. Ich guck einfach mal, wen die nur ausbilden können. Ähm. Äh, das ist doch der, der das wiederbeleben kann, oder? Ich hab, ich hol mir noch so einen. Oh, das dauert. So, dann wollen wir mal. Jagt sie raus. Zwei. Drei. Bis hier. Bin zur Spurensuche bereit. Kommt mit. Jagt sie raus. So. Jetzt zuerst mal, ob ich irgendwas mache, wollen wir schnell einen Speicherstand machen. Und zwar. Und zwar. Oh. Raut. Moor. Arke fallen. So. Späschaden. Damit falls irgendwas, äh, horribly, horribly schief geht. Auf der Pirsch. Ach, damit man halt sagen kann. Okay. Ich lad einfach. Unsere Wege kreuzen sich. So. Auf der Pirsch. Wie soll ich eigentlich mit so wenig Truppen irgendwas machen? Oh, was ist das? Meine Beute naht. Ich wandere allein. Die Geister der Erde leiden. Ich habe Witterung aufgenommen. Braucht ihr was? Ja, kommt. Kommt, kommt. Kommt mein Geistertypi? Oh, okay. Kannst du auch wieder belegen, oder? Davon habe ich geträumt. Korporal geschaffen. Ah, nicht Geist. Nicht-Helden-Tauren. Ach, nur Tauren. Okay. Der kann nicht angegriffen werden, solange er in Geist gestaltet ist. Der ist ja cool. Ich bin eins mit der Erde. Ja, wollt ihr bitte mitkommen, oder was? Führe mich, Mutter Erde. So. Haha. Ich weiß, ich weiß. Es wird jetzt wieder lustig. Mir beim Strategiespiel-Spiel zuzugucken. Oh. So. Aber wir wissen ja alle, dass ihr das sehr kennt. Okay. Jagt sie raus. Ja. Die sind aber süß. Skinks. Okay. Ich würde mal sagen. Meine Beute naht. Wir bereiten uns. Ja, Häuptling. Auf den Angriff vor. So. Inventarier. Jetzt wird die Armee mal abgedingselt. Er hat jetzt nicht viel Turke nicht. Boah, ist klar, dass sich ganz, ganz viele Typsis da haben. Aber wir sind Helden. Oh. Ach. Kommt mit. Ich bin zur Spuren-Suche bereit. Ja, Häuptling. Wegen angreifend. Gut. So. Den zweiten Turke wieder hier angreifen. Pfff. Ich... muss ja aber keine Chance haben. Was für kümmert. Ja, komm mit. Ja, komm mit. Türme sein, wenn sie nicht gewusst haben. Ich habe Einheiten verloren. Super. Ich weiß nicht mehr... Ah, doch. Kontroll-Berserker. Ja, ihr schafft das. Strall ist bei euch. Ich... Das ist ja nicht zu lang. Oh, das ist halt so. So. Ah. Hier. Wie ist das ein Held? Oh, die Standart ist über unserem Kopf. Eh, geil. Wohin gehst du? Du willst gerne helfen? Dann bleib hier. So. Könnte ich auch noch das da kaputt machen? Hehe. So. Bin zur Spur müssen wir bereit. Oh. Wie er nervt. Wisst ihr das? Meine Beute nagt. So. Äh, wo ist er denn jetzt? Ein bisschen heilen, bitte. Ich kapier schon mal. Okay. Ein paar mehr Einheiten wären praktisch. Äh, das ist der materialisierte Gasgäufer. Ich glaub nicht, dass ich Tauren verloren hab. Eine Kudo-Bestie. Kriegstrommel ist ja noch praktisch. Wir werden angegriffen! Hm. 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 Ja, soll ich? Ich werde Troll-Berserker. Also der Kriegstrommel ist ja noch heiler practical. Okay, ich hol glaub ich mal wieder eine Kudo-Bestie. Da bin ich noch drei Plätze frei. Und für die kann ich... Wächterschutz, Stasis-Heilschutz-Zauber. Wir werden angegriffen! Reinigen. Ich, äh, ich stehe da gerade an einer tollen Angriffsstelle war. Ja, okay. Uga-Magier. Zauberkundige Krieger der Uga-Region. Die kann ich sowieso nicht holen. Schamanen-Troll-Medizinmann. Ich glaub ich hol ihn bei ein Troll-Medizinmann. So. Ist die Kudo-Bestie fertig? Sehr gut. Was liegt vor mir? Es kommt doch ein bisschen mehr nach. Hier hin. Ah, das Ding hat ein bisschen gelitten, oder? Och, ein Kaplan. Oh, wie süß. Ja, die sind cool. Die haben nämlich... Ich mach euch alle mächtiger drauf. So. Hat jemand den Arzt gerufen? Ja, ich hab den Arzt gerufen. Oh. Hehe. Sehr gut. Wichterschutz. Unsichtbaren und unbeweglichen Schutzzauber. Stasis-Falle-Heilschutz-Zauber. Ja. Nein, das ist doch... Was ist meine für Wüste nur? Meine Beute naht. Okay, dann wollen wir uns mal weiter bewegen. So. Meine Helden. Bewegt euch. Ich bin zur Spurensuche bereit. Dann kommt er zu. Bewegt sich bitte ein bisschen dorthin. Und der Rest von euch ist jetzt... Wir werden angegriffen. Okay. Ja, das wollte ich jetzt sagen. Jagt sie raus. Wie kann ich dienlich sein? Mal das auch Schaden bekommen. Okay. Ich muss auf meine tollen Kampfsachen aufpassen. Entfesselt meine Kraft. Ist es auf einer Insel? Sehr unprojektisch. Ich wandere allein. Ihr braucht meine Hilfe? Jagt sie raus. Okay, kommt schon. Ich habe Witterung auf. Unsere vermündete Stadt wird angegriffen. Der kommt auch noch hinterher, dass ihr nicht angegriffen werdet. So. Hey, ist es auf einer Insel? Ich glaube nicht. Ich bin zur Spurensuche bereit. Ah, schafft ihr es? Ja, die schaffen es. Die schaffen es definitiv. Hm. Unsere Wege kreuzen sich. Ja, der Wasserweg ist jetzt nicht der intelligente Weg, die man beschreiten kann. Albatross. Okay. Ja, ja, die schaffen das schon. Schön, dass sie mir das ständig sagt. Aber ich bin mir sicher, dass es kein Problem sein wird. Aber das könnte ein Problem sein. Wie kann ich dienlich sein? Kommt mit. So. Oh, shit. Wir stehen hier gerade in der Hauptangebot. Jagt sie raus. Nicht gut, nicht gut. Meine Beute naht. Ui. Okay, okay, okay. Das ist... Ja. Eine Katastrophe. Spielladen. Ja. Okay, den Weg sollten wir erstmal nicht gehen. Der ist der... Nein, zurück, 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 zurück. Da. Wo die kommen. Hm. Okay. Ich kann jetzt keine Schiffe bauen. Kann ich das Ding irgendwie umkreisen? Na unten durch? Und irgendwie... Hm. Sollte nicht schon funktionieren, oder? Ist ich jetzt so glücklich, dass ich jetzt hier mal fest sitze? Ne, aber der Wasserweg wäre ein bisschen gefährlich, ne? Ich muss aber sein Schloss kaputt machen. Kannst du das irgendwie dahin machen? Oh, ne, da muss ich hingehen, okay. Äh, recken wir uns. Ist das nicht so gut. Bin zur Spur. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Hm. Auf der Pirsch. Ich höre den Ruf. Vielleicht... Wenn ich das durchgehe. Jagt sie raus. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Nein, ich das... Ach, Gott. Entfesselt meine Kraft. Okay, versuchen wir es. Ihr braucht meine Hilfe. Auf. Die Dinger da drauf. So. Das mal. Warm. Das mal beschwören. Die Heilrunde durchlaufen. Die Dinger angreifen. So. Die Dinger angreifen. Die Dinger angreifen. Die Dinger gehören. Das jetzt... Ja. Das... Scheint eine kleine... Eine kleine aber feiner Weg zu sein. Ja, ihr könnt auch weiterhin angreifen. Das ist auch ein... Unverzüglich. Und die Dinger angreifen. Und die Dinger angreifen. Wir haben enden müssen. Was liegt vor mir? So. Oder? Komm ich da durch? Komm schon. Hm. Sie sicherlich schon wieder... Neu, Dings. Meine Beute naht. So. Komm schon. Ich will einfach noch gucken, ob ich da durch darf. Ich habe Witterung aufgenommen. Wo, ich darf nicht da durch. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Auf der Plage. Typisch. Warten. Wie konnte ich die nicht sehen? So. Einfach alles zerstört. Leute, das war's aber für heute. Vielen Dank fürs Zugucken. In der nächsten Folge wollen wir das noch klappen. Dann können wir sicherlich das Proudmoors-Festung zerstören. Denn das darf ja nicht uns gehören. Und bis dahin haltet die Ohren steif. Ciao.